Literaturstudio Auf der blauen Couch Oh, hallo, da sind sie ja. Sie, die einfachen Menschen da draußen. Mein Name ist Professor Egilius Uckermark und ich kenne mich aus in der Welt der Literatur. Und die werde ich Ihnen jeden Sonntag auf meinem blauen Sofa nahe bringen, im Small Literaturstudio. Tiberius, was hast du heute für mich? Oh, 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 oh. Tiberius, du bist wieder durchgedreht, das ist doch kein Buch. Bring das sofort weg und bring mir ein Buch. Auf geht's. Ah, oh, 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 oh. Ein Klassiker, ein literarischer Leckerbissen, meine Damen und Herren. Antoine de Saint-Exupéry, der kleine Prinz. Und das werde ich mir jetzt zu Gemüte führen. Wenn dann ein Kind auf euch zukommt, wenn es lacht, wenn es goldenes Ahr hat, wenn es nicht antwortet, sondern es fragt, dann werdet ihr wohl erraten, wer es ist. Dann seid so gut und lasst mich nicht weiter so traurig sein. Schreibt mir schnell, wenn er wieder da ist. Von der Geschichte Der kleine Prinz gibt es auch eine wunderschöne, gebundene Geschenkausgabe im Großformat. Illustriert mit über 40, meist vierfarbigen, teils ganz seitlichen Bildern, die der Autor selbst koloriert hat. Die farbige Geschenkausgabe finden Sie in allen Buchhandlungen. Fragen Sie bitte danach. Jeder Buchhändler legt sie Ihnen gerne zur Ansicht vor. Sie wird Ihnen bestimmt gefallen. Also ich muss schon sagen, meine Damen und Herren, eine ganze Seite Werbung für dieses kleine Buch, ich weiß nicht. Ich denke mal, das soll das gewesen sein. Halt, steht da noch was? Halt, s'il vous plaît, habt Sie sich das gut überlegt? Bitte, bitte kaufen Sie das Buch. Es ist doch so gut. Es hat einen Preis gewonnen, es ist weltberühmt und es hat eine moralische Lektion. Es ist mit so viel Erzblut gemacht. Unser Verlag hat doch nicht viele Bücher rausgebracht. Eigentlich nur dieses. Aber in mehreren tollen Variationen. Sie sind doch reich, Herr Professor. Und so gebildet und gutaussehend. Gäbe Sie sich doch eine Rück und kaufe Sie das Buch. Ach, ähm, ich denke mal, so viel Werbung. Übertrieben, meine Damen und Herren. Ich werde mir dieses Buch, denke ich, nicht nochmal kaufen. Geht das hier weiter? Hallo? Sacre bleu? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein? Lesen Sie weiter. Kaufen Sie das Buch. Wenn Sie das scheiß Buch nicht kaufen, wenn Sie sehen, was Sie davon haben, ich werde es Ihnen zeigen. Erdecke! Ja, da siehst du, was Sie davon hast. Du blöder deutscher Literaturkritiker. Ich mache dich fertig. Dir gebe ich's. Oh, trotz tausend, meine Damen und Herren. So einen Nachmittag habe ich hier noch nie verlebt. Sekretariat? Helga? Ja, ja, ich bin's. Pass auf, kannst du mir die Geschenkausgabe vom kleinen Prinz? Ja, genau. So exuberi, so bald wie möglich bestellen. Was mit mir los ist, mir geht es schlecht. Das Buch richtet mich zum Grunde. Bitte bestell die Ausgabe. Ja, Wiederschauen, Wiederschauen, danke, ja. Na, bist du zufrieden? So ist es recht. Sie sind ein wahrer Literat, Monsieur Professor.